Die sicher angebotene Einzimmermietwohnung ist ab dem 1. Oktober 2014 bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung befindet sich in Düsseldorf. Das im Jahr 1960 erbaute Haus verfügt über 5 Etagen. Das Objekt befindet sich in der 5. Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Die Wohnfläche der Dachgeschosswohnung liegt bei ca. 53 m². Die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung beläuft sich auf 630 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Die Badezimmermietwohnung Bis zum nächsten Mal.